In diesem Video geht es um die besten Personenwagen. Der Qualitätssieger in unserem Personenwaagetest geht an die Renpho Personenwaage. Körpergewicht, BMI, Körperfett, Wasseranteil, Skelettmuskel, fettfreies Körpergewicht, Muskelmasse, Knochenmasse, Protein, Stoffwechselgrundumsatz, biologisches Alter, subkutanes Fett und viszerales Fett. Die Renpho Bluetooth Smart Körperanalysewaage ist mit vier hochpräzisen Sensoren und vier Edelstahlelektroden ausgestattet. Diese Personenwaage bietet Ihnen eine schnelle und relevante Körperanalysefunktion. Die Waage besteht aus 6 mm gehärtetem Sicherheitsglas und hochwertigem ABS-Kunststoff. Die Renpho Bluetooth Smart Personenwaage hat ein schlichtes, schlankes und modernes Design. Mit ihrer klassischen schwarzen Farbe passt sie perfekt in jedes Badezimmer oder Schlafzimmer. Einfach einzurichten. Eine Waage, unbegrenzte Benutzer. Teilen Sie Ihre Fortschritte mit Freunden. Wiegen Sie sich jederzeit, auch ohne das Smartphone. Die Messwerte werden temporär in der Waage gespeichert. Sobald die App wieder geöffnet wird, werden die Daten in die App übertragen. Synchronisiere die Messdaten mit anderen Fitness-Apps. Samsung Health, Apple Health, Google Fit und Fitbit. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die InSmart Personenwaage. Sobald Sie die App Fit Days installiert und die Daten zu Ihrer Person Größe, Alter, Geschlecht eingegeben haben, können Sie Ihre Körperdaten verfolgen. Aufgeführt werden Gewicht, BMI, Körperfett, fettfreies Körpergewicht, Unterhautfett, Viszeralfett, Körperwasser, Skelettmuskelrate, Muskelmasse, Knochenmasse, Proteine, BMR, biologisches Alter. Für Smartphone mit Bluetooth 4.0 und Betriebssystem iOS 8, Android 6 oder höher. Können Sie und Ihre Familie eine Körperfettgewichtsskala zusammenteilen. Die ermittelten Daten in der Fit Days App können mit Fitbit App, Apple Health, Samsung Health und Google Fit synchronisiert werden. Mit einer 5 mm hochwertigen Hartglasplatte und 4 Messsensoren misst der hochpräzise Sensor mit 0,05 kg Schritten und hat eine Kapazität von 180 kg. LED-Anzeige mit großen Ziffern für komfortables Ablesen. Stellen Sie die Waage bitte auf einen harten und ebenen Untergrund. Treten Sie barfuß auf die elegante, schwarz-dunkelgraue Glasplatte. Während der Messung blinken die Rot-Leucht-Ziffern. Anschließend wird Ihnen das Gewicht mit stehenden Zahlen angezeigt. Alle anderen Werte zum Körperfett, zur Muskelmasse präsentiert Ihnen jetzt die App. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Personenwaage-Test ist die Ethicsity Personenwaage. Präzisester Messgenauigkeit von nur 0,1 kg und Maximalgewicht von 180 kg. Automatische Ein- und Ausschaltfunktion. Mit Step-On-Technik schaltet sich die Waage beim Betreten der Wiegefläche direkt ein und nach dem Wiegen automatisch wieder aus. Hellblaue beleuchtete LCD-Anzeige mit großen Ziffern für komfortables Ablesen auf Kilogramm ideal für Anwendung bei Tag und Nacht. Schlicht und robust. 30 x 30 cm Plattform mit hohe Standsicherheit aus gehärtetem Glas. Schwache Batterie und Überlast-Anzeige. Das flache Design in Verbindung mit rutschhemmenden Standfüßen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.